Aber da hinten haben sie noch vier mehr. Und zwei hab ich gesehen, Mama. Ja, zwei von den Kleinen. Guck mal. Ey, da geht's. Da sind drei zu gehen, ne? Darum gehen die in deine Loch rein, Mama. Aber die weiß nicht, was sie nicht. Was weiß, was wissen die nicht? Die weiß nicht, wie man das rein geht. Die wissen nicht, wie man das rein geht? Nein, die können nicht da rein. Ach so, ne, die Tür ist ja. An die großen Löwen können da nicht reingehen. Nein, die können nicht. Es gibt ein kleines Loch, ne? Aber da gehen die rein. Das sind für die kleinen Tiere. Guck mal, da sind die Lochen mit kleinen Fenstern. Mama, das sind nur für die kleinen. Genau, nur für die Kleinen. Guck mal. Ah, das ist ja heute. Richtig, jetzt kommt der. Guck mal. Guck mal, der macht das schon, Mama. Guck mal, der macht das schon, Mama. Guck mal, der macht das schon. Das klingt immer. Ja. Der wollte es essen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wenn wir essen, wenn wir noch mal hier kommen, dann stinkt es. Dann stinkt es. Ameisendöhe, ne? Und dann stinkt die Ameisendöhe. Ameisendöhe. Nein! Äh, der kommt noch mal! Und der noch mal? Oh, okay. Die Ameisendöhe, die Ameisendöhe. Römmelung, die Ameisendöhe, die Ameisendöhe, die virtuellen Eierbäürien, die Ameisendöhe, in die Aume, die Abweche, die Abweche, die Aume ambiente. with Jeremiah und die Vier Und dann gab es sich einfach mal.